Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Heute machen wir die Pluobox Stufe 2. Das heißt, wir gehen auf die untere Ebene und machen fünf Minuten Step-Ups, fünf Minuten Front-Step-Ups und eine Minute seitlich jeweils links und rechts. Das war's dann auch schon. In 15 Sekunden geht's los. 5 Sekunden noch. Und los. Achte auf einen geraden Rücken. Brust raus. Der Blick geht 5-6 Meter nach vorne. Mit dem hinteren Fuß abfedern und schön gerade rausstrecken. Wir wollen ganz gestreckt auf der Box stehen. So, jetzt nehmen wir die Arme mit dazu. Wie beim Laufen auch. Kreuzgang. Also immer linke Arm, rechtes Bein vorne. Gerade Beinachse. Mit den Knien nicht nach links oder nach rechts ausbrechen. Wenn du merkst, dass die Knie links oder rechts ausbrechen, dann reduziert die Dauer. Also, du musst erst die stabile Beinachse gewinnen, die Muskulatur vorbereiten, bevor du diese Übung machen kannst. Wenn das nicht anstrengend genug ist, dann erhöhe ich die Knie. Und wenn das nicht anstrengend genug ist, dann geht's. 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 2 Minuten 30, Hälfte haben wir. 2 Minuten nochmal auf dem geraden Rücken achten, schön weit raus drücken. 1 Minuten 30. 1 Minute, ich fange auch das Schwitzen an, schon seit längerem. Die Tropfen werden größer, jetzt nochmal Endspurt, Frequenz erhöhen. 1 Minuten 30 Sekunden. Okay, 30 Sekunden Pause. Puls runter bringen, tief ein- und ausatmen. 5 Sekunden noch. Das linke Bein bleibt auf der Box und den rechten Fuß komplett absetzen. Die Kraft zum Hochdrücken kommt nur aus dem Standbein auf der Box. Gerade am Rücken nach vorne gehen. 30 Sekunden noch. Schön weit Bein nach außen. Genau. Okay, Seitenwechsel. 30 Sekunden Pause. 10 Sekunden. 3, 2, 1 und los. Eine Variante wäre jetzt noch den hier zu machen. Aber konzentriert euch erstmal darauf, diesen Bewegungsablauf hier gut drin zu haben. Stabiler eine Beinachse zu haben, das mit dem Knie nicht wegknickt. Wenn ihr euch da sicher fühlt, Oberkörper gerade, das ist wichtig. Mit dem Knie zum Ellenbogen, nicht mit dem Ellenbogen zum Knie. 1, 2, 1 und los. Okay. 3, 2, 1 und los. Okay, das war's schon. Danke fürs Mitmachen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.